Noch im Feld. Ivan Lendl, der wieder Coach von Murray, hat übernommen, bevor das Turnier von Queens begann und da ganz gleich im Titel die Hand aufgelegt und alles geht besser. Sir Cliff Richard, einmal mehr heute ihren Gast und da ist Johnny Mack, eben nicht in der Players' Box. Was für ein Return, der sollte auf den Körper kommen, so dass Annie Murray nicht die Möglichkeit hat, auf der Rückkehr noch zu schwingen. Aber denkst du? Erste Breakmöglichkeit gehört den Schotten. Blick in die Box, seht ihr? Viele angespannte Menschen, außer der Coach. Der Coach. Der Coach. Der Coach. Reicht schon, um zu sagen, wer es ist. Ivan. Der Coach. Aber der ganz wenige Fehler kann es leisten von Andy Murray. 40-15. Und trotzdem, die Idee ist sicher richtig. Gerade einmal, 126 Kilometer in der Stunde schnell, dieser zweite Aufschlag von Andy Murray. Der Return hat Lendl nicht beeindruckt. Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Der Return hat wieder viel zu kurz geraten von Andy Murray, das wird ihn ärgern. Und dann kommt er von Coach. Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Auch er leicht abergläubig, will der noch mal den gleichen Ball haben, der ja so gut zu ihm war. Oh, viel Glück hier für Raunic, aber immer noch Spielball für Murray zum 4 zu 4. Ja, hat er sich miserabend bewegt. Neu spielt offensichtlich ein bisschen gegen den Wind, der heute eigentlich nicht ganz so stark ist wie gestern. Da blieb ja eine Rückhand von ihm etwas stehen. 4 zu 4, Ausgleich. 4 zu 5, Ausgleich. 4 zu 5, Ausgleich. 4 zu 5, Ausgleich. 4 zu 5, Ausgleich. 5 zu 5, Ausgleich. 5 zu 5, Ausgleich. 1 zu 5, Ausgleich. 5 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 zu 5, Ausgleich. Ja, 4-0. 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 Ja, 5-0. Ja, 5-0. Ja, 4-0. Ja, 5-0. Ja, 4-0. Ja, 5-0. Ja, 5-0. Das war's für Wimbledon. 6-2, Medda, Raunic. 7-6, 2x1, 6-4. Andy Murray je uzeo svoj drugi Wimbledon i mislim da je to realno. Nije bio na onoj razini igre opuštenosti i agresivnosti Raunic kao protiv Federera. Imao je sreću što je Čilić izmučio Federera i to se vidjelo u petom setu i ušao je u finale. I on je nagrađen za svoj rad ali Andy Murray je taj koji je pobjednik i iskoristio je što nema Đokovića u finalu. Ali je apsolutno zasluženo osvojio titulu 2016. Evo poštovani gledatelji, to je bio Wimbledon za ovu godinu. Vrlo ljepi mečevi, sasvim dobri nastupi i naših. Mislim da možete biti zadovoljni. Nažalost ne možemo gledati ovo sve dalje u ovaj protokol jer imamo i atlitski prijenos, kasnije i nogomet, bogat kao i uvijek. Naš špurski dan. Poštovani gledatelji, srdećan pozdrav iz Wimbledona 2016.